Haha, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Es ist Donnerstag und ich nehme schon den Podcast für Sonntag auf. Crazy! Und wisst ihr, worum es gehen soll? Um Hooks. Habe ich euch schon am Haken oder noch nicht? Wir werden sehen. Moin zusammen und herzlich willkommen zum Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht. Das hier ist der Schreibmarketing- und Mindset-Podcast mit Energie, Freude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Ja und es wird noch verrückter. Stellt euch mal vor, nächste Woche mache ich wieder ein Interview. Das ist crazy. Ich hoffe, ich schaffe das, weil wir noch nicht so ganz genau wissen, wie unsere Planung nächste Woche hier im Feuerroutenspielmobil, im Weltreisemobil so ist. So, jetzt fangen wir aber an mit dem eigentlichen Thema. Geniale Hooks, das geheimen Rezept der wirklich erfolgreich Selbstständigen. Oder anders, möge die Macht des Hooks mit dir sein. So, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, weil ich weiß immer nicht, ob die Hook oder der Hook. Und man sagt wohl der Hook, wenn es um das geht, worüber wir hier jetzt sprechen wollen. Nämlich ein Einstieg, der so genial ist, dass die Leute nicht mehr aufhören können zu lesen oder weiterschauen wollen, was auch immer. Und die Hook sagt man wohl im musikalischen Bereich. Naja, wird wohl stimmen. Möge die Macht des Hook mit dir sein. Hast dich schon mal gefragt, warum deine Social Media Beiträge, Blogartikel, Newsletter und wie sie nicht alle heißen, nicht so richtig funzen wollen? Warum einfach nicht die gewünschte Aufmerksamkeit erzeugt wird? Denn du hockst Stunden über deinen Skripten, investierst Zeit und Nerven und Achschweiß, was auch immer, ins Schreiben und Bearbeiten. Bringt aber alles nichts. Und am Ende stellst du fest, niemand, ich würde jetzt fast sagen keine Sau, aber das sagen wir hier natürlich nicht, interessiert sich für deine Beiträge. Niemand klickt auf deinen Call to Action und kein Schwein, pardon my French, kauft. Ärgerlich, oder? Aber fear not, ich habe hier jetzt die Lösung für dein Problem. Erfahrungsgemäß liegt das nämlich zu 99,9% nicht an deinem Angebot. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. In der Regel liegt es an einem ganz entscheidenden Detail, welches die meisten Selbstständigen sträflich unterschätzen. Da sind wir wieder. Es liegt am Hook. Hä? Was ist das denn? Gib mir einen Moment. Ich erkläre dir in dieser Podcast-Folge, was ein Hook ist, was einen starken Hook ausmacht und wie du ihn selber baust. Und am Schluss kriegst du noch eine kurze Checkliste, die du natürlich wie immer auf meinem Blog www.anjaniekerken.de-blog nochmal nachlesen kannst und die rauskopieren kannst, damit du demnächst fesselnde Hooks aus dem Ärmel schüttelt. Schüttelt, ja genau, schüttelst heißt es, Fronnie Kerken. Ist das ein Deal, fesselnde Hooks aus dem Ärmel schütteln? Dann mal los. Auf geht die wilde Fahrt. Ein Hook ist der erste Satz oder Abschnitt eines Textes. So weit, so weit, so einfach. Kann eine Headline sein, kann eine Betreffzeile sein, kann, wie gesagt, auch der erste Satz in einem Reel sein. Aber die Frage ist, was ist seine Aufgabe? Es geht nämlich um das Wichtigste überhaupt, Aufmerksamkeit erregen und die Lesenden dazu bewegen, weiterzulesen. Dazu zu bewegen heißt es, glaube ich. Also die Lesenden dazu zu bewegen, weiterzulesen. In unserer VUCA-Welt, VUCA, weißt du vielleicht, ne, volatil, uncertain, also unsicher, complexity, komplex und ambiguity, wie es so schön mehrdeutsch, ne, neudeutsch heißt. Oh Gott, heute ist wirklich mein Tag, ich merke das schon. Wie es so schön neudeutsch heißt, ambiguity, mehrdeutigkeit. So, das wollte ich sagen, das ist die VUCA-Welt. Und in unserer VUCA-Welt ist das die schwerste Aufgabe überhaupt, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich hoffe, ich habe so viel Aufmerksamkeit jetzt mit meinem Gefase mal dir erzeugt, dass du auf jeden Fall dran bleibst und sagst so, oh, was will die verrückte Frau mir heute sagen? Was ich sagen will, Informationen sind heute im Überfluss vorhanden und unser Hirn wird von Reels anzeigen und was weiß ich für Informationen total überflutet. Das Ergebnis ist, es schaltet ab, es bringt sich in Sicherheit und sagt so, ne, vielen Dank, da möchte ich nicht mehr von haben. Beobachte dich mal beim Scrollen durch Social Media. Wie viele Informationen, die du durchgescrollt hast, kannst du nach 30 Minuten noch wiedergeben? Wenn überhaupt, nur die mit genialen Hooks. Und der Hook entscheidet darüber, ob Content gelesen oder ignoriert wird. Deswegen ist ein Hook so wichtig. Die menschliche Aufmerksamkeitsspanne ist heute kürzer denn je. Du wirst sicherlich schon mal diesen Hooks gehört haben, kürzer als ein Goldfisch. Das stimmt übrigens nicht. Das war mal ein Hook von einer Microsoft-Studie. Und die ist so oft repliziert worden. Oder dieser Hook ist so oft repliziert worden, dass viele denken, das stimmt. Menschen haben eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne als Goldfische. Stimmt so nicht, aber man kann nachweisen, dass die Aufmerksamkeitsspanne über die letzten Jahre weniger geworden ist. Naja, und dann ist ja klar, wenn du keinen genialen Catcher hast, keinen genialen Hook, keinen genialen Haken, weil Hook heißt ja auch Haken, woran oder womit du deine Leute fängst. Wenn das nicht wirklich genial ist, tja, dann hast du keine Chance. Wir gucken uns jetzt erstmal die typischen Fehler beim Erstellen von Hooks an. Viele Solo-Selbstständige und kleine Unternehmen machen ähnliche Fehler, wenn sie Hooks erstellen. Das liegt in der Regel daran, dass sie von ihren Angeboten überzeugt sind und dass sie ihre Lieblingsproduktmerkmale in den Vordergrund stellen. Grundsätzlich ist das auch nicht verkehrt. Nur der Zeitpunkt ist falsch. Mit Produktmerkmalen erzeugt man keine Aufmerksamkeit. Die richtige Reihenfolge ist Hook, Storytelling, Lösung der Probleme deiner Zielgruppe, Produktmerkmale und Call-to-Action. Das Doofe ist, ist der Hook langweilig? Eigentlich kommen wir gar nicht bis zu den Produktmerkmalen. Wir kommen nicht mal bis zum Storytelling. Du merkst, gerade diese ersten drei Schritte, Hook, Storytelling, Lösung des Problems, Storytelling, Lösung des Problems, machen wir in den nächsten Podcast-Folgen. Wenn du da schlecht bist, dann kommst du nicht zu den Produktmerkmalen und nicht zum Call-to-Action. Ergo, du verkaufst nicht. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, wie es nicht geht. Langweilige Einleitung. In diesem Artikel werde ich, gern, sofort raus. Zu viel Fachjargon. Spar dir Fachchinesisch. Deine Zielgruppe muss sofort verstehen, dass sie von deiner Information was hat. Ohne nachdenken zu müssen. In einer Sekunde. Oder leere Versprechen. Ein reißerischer Hook, dem ein mittelmäßiger Inhalt folgt, führt auch zum Wegklicken. Spricht nichts gegen reißerische Hooks. Achtung. Aber dann muss auch ein Top-Inhalt folgen. So, und das sind die Fehler, die dazu führen, dass potenzielle InteressentInnen weiterscrollen, wegklicken und im schlimmsten Fall auf Inhalte deiner Konkurrenz gehen. Sprich, du verlierst KundInnen nicht, weil dein Produkt nichts taugt. Im ersten Schritt verlierst du KundInnen, weil deine Hooks nichts taugen. Naja, davor noch, weil niemand dich sieht. Das ist aber ein anderes Thema. So, jetzt gucken wir uns mal die Anatomie von so einem genialen Hook an. Der besteht nämlich aus mehreren Elementen. Achtung, so schwer, wie das jetzt vielleicht klingt, ist es gar nicht. Erster Punkt. Neugier wecken. Neugier ist eine der stärksten menschlichen Triebfedern. Zum Beispiel. Diese Verkaufsmethode nutzen nur Menschen mit einem IQ über 140. Ja, na, da klicke ich doch drauf. Ich will doch wissen, ob ich zu den hochintelligenten Menschen zähle oder was die dann vielleicht anders machen. Tipp. Schau dir die Clickbait-Posts auf Facebook, TikTok und wie sie nicht alle heißen an. Die wissen genau, wie es geht. Der nächste Punkt der Anatomie. Relevanz schaffen. Deine InteressentInnen müssen sich sofort angesprochen fühlen. Es muss der Gedanke aufkommen. Ah, genau mein Problem. Das sollte die Reaktion sein. Oder das will ich unbedingt wissen. Tipp. Alle Yellow-Press-Formate arbeiten so. Wenn dir an der Supermarktkasse das nächste Mal wieder langweilig ist, dann analysier mal die Headlines, die Hooks, von InStyle, Neue Post und Co. Ja, ja, auch von diesen Oma-Formaten. Analysier das mal. Letzter Punkt. Dringlichkeit erzeugen. Warum sollten die Menschen jetzt weiterlesen? Oder warum sollten sie jetzt bei dir hängenbleiben und nicht einfach weiterscrollen? Angebotsbegrenzungen sowie klassischer Winterschlussverkauf sind die besten Beispiele. Nur bis morgen, in einer Stunde und, und, und. So, ich habe natürlich auch Beispiele genialer Hooks für dich am Start. Zum Beispiel. 80% der Solo-Selbstständigen machen diesen Fehler und geben frühzeitig auf. Machst du diesen Fehler, ohne es zu wissen? Na, dann will ich doch wissen, ob ich diesen Fehler mache oder nicht. Nächstes Beispiel. Nur Hochintelligente mit einem IQ über 140 nutzen diesen Verkaufstrick. Na, will ich doch wissen, ob ich hochintelligent bin oder wie die das machen, damit ich es auch machen kann. Nächstes Beispiel. Mach das auf keinen Fall, wenn du Erfolg haben willst. Hä? Wieso? Was soll ich auf keinen Fall machen? Ich will Erfolg haben. Natürlich klicke ich da drauf. So, und jetzt gebe ich dir nochmal Beispiele von verschiedenen Hook-Typen, die auf jeden Fall funktionieren. Es gibt nämlich verschiedene Typen. Hast du ja auch in den Beispielen eben vielleicht schon so ein bisschen rausgehört. So, hier sind einige bewährte Hook-Typen, die du auch direkt anwenden kannst. Fragen, die Probleme ansprechen. Ja, Hooks können auch Fragen sein. Zum Beispiel. Hast du das Gefühl, dass deine Newsletter ignoriert werden? Wenn deine Antwort Ja ist, es klicken viel zu wenig drauf, dann willst du natürlich auch die Antwort wissen und klickst auf diesen Hook. Unerwartete Behauptung. Ist auch ein Hook-Typ, der sehr gut funktioniert. Warum deine erfolgreichsten KonkurrentInnen ihre besten Strategien teilen und wie du davon profitieren kannst. Hä? Das ist doch unerwartet. Wieso wollen die ihre erfolgreichsten Strategien teilen? Was? Verstehe ich nicht. Aber wenn die das machen, dann will ich das doch wissen. Eine unerwartete Behauptung. Mini-Geschichten ist ein nächster Hook-Typ. Als ich meinen ersten Blog veröffentlichte, hatte ich genau null Lesende, bis ich das hier gemacht habe. Das ist eine Kurzgeschichte. Das ist auch ein guter Hook-Typ. Und das nächste, man kann auch tatsächlich Statistiken und Fakten nutzen. Obwohl die ja in der Regel langweilig sind, aber das geht auch in Hooks. Musst du aber nur wissen, wie. Achtung, Beispiel. Nur zwei von zehn Lesenden kommen über den ersten Satz hinaus. Mit diesem Trick änderst du das. Ah, das will ich doch wissen. Denn, Achtung, nicht jeder Hook passt zu jedem Medium. Was in einem Blogartikel funktioniert, könnte für einen Social-Media-Post zu lang sein. Und was für einen Social-Media-Post funktioniert, killt vielleicht beim Newsletter. Deswegen gucken wir uns hier jetzt mal an, die Praxis Hooks für Blogs, Social-Media und Newsletter erstellen. Das ist die Preisfrage, wie wende ich das in der Praxis an. Ganz einfach so. Übung. Nimm eine beliebige Idee für einen Blogartikel oder einen Post. Jetzt entwickeln wir dafür eine einfache, aber sehr effektive Hook. Einen. Entschuldigung. Ich bin immer die Hook. Ich weiß es auch nicht. Also einen einfachen Hook für irgendeinen Blogartikel oder Post. Und zwar mit folgendem Einstieg. Hast du gewusst? Oder die meisten denken das? Oder warum du XY sofort ändern solltest? Alle drei Einstiege kannst du sofort nutzen für dein Thema. Ich gebe dir ein Beispiel. Blogartikel-Thema. Zeitmanagement für Selbstständige. Das ist das Thema. Warum du diese drei einfachen Punkte sofort ändern solltest, um mehr Zeit zu haben. Das ist eine gute Hook. Das ist dieses, warum du XY sofort ändern solltest. Das Beispiel habe ich genommen. Diese drei Beispiele findest du auf meinem Blog www.anjanikkerken.de. raufklicken und kopier dir das. Kopier dir das aus dem Blogartikel raus und nutze es für dich. Denk dran. Unbedingt machen. Jetzt kommt noch was, was auch wichtig ist. Der Hook als Teil des Content-Pieces, als Teil deines Inhaltes. Ein Hook ist nicht nur ein Einstieg, sondern der rote Teppich, den du deinem Inhalt ausrollst. Er muss zu deinem Inhalt passen, egal ob Post, Blog oder Newsletter. Der beste Hook ist wertlos, wenn er Erwartungen weckt, die dein Artikel oder Post nicht erfüllt. Aber, und das ist der Trick, im Grunde verriet er nix. Er macht nur neugierig. Darum ist der beste Tipp, den leider nur die wenigsten beherzigen, ich weiß gar nicht warum, verwende die meiste Zeit deiner Content-Erstellung auf den Hook. Die zweitmeiste Zeit auf das Storytelling und den geringsten Teil auf die Fakten. Die meisten Selbstständigen und kleinen Unternehmen machen es leider genau umgekehrt. Und das ist der Hauptgrund, warum so viel guter Content am Ende nicht funzt. Blöd, oder? Fazit, so meisterst du geniale Hooks. Ein genialer Hook ist die Eintrittskarte zu deinem Content und damit zu deinen Angeboten. Kriegt man das sofort hin? Ja und nein. Nimm am Anfang die genannten Beispiele. Nochmal, unter www.anjaniekerken.de slash blog findest du die und kannst sie dir rauskopieren. Nimm die und hangel dich von dort aus weiter. Das ist manchmal etwas schwierig, aber die Ergebnisse lohnen sich. Ein packender Hook ist der Unterschied zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, zwischen Erfolg und Misserfolg. Und du kennst das Spiel. Wie immer gilt, tu es. Denn Wissen ist nur der Trostpreis. Umsetzen ist der Jackpot. Ach so, genau. Und ich habe noch eine Checkliste für geniale Hooks für dich. So und die kriegst du hier jetzt nicht. Dafür musst du auf meinen Blog gehen. www.anjaniekerken.de slash blog. Und da kannst du diese Folge nochmal nachlesen und scrollst nach ganz unten. Und da kannst du dir die Checkliste einfach rauskopieren. Du musst nicht mal deine E-Mail-Adresse bei mir lassen. Kopier sie dir einfach raus und gut ist. So, ne? Und wenn du noch mal ein Newsletter haben willst, dann gehst du auf www.anjaniekerken.de slash für minus dich. Für natürlich mit U-E geschrieben. Und da kriegst du auch nochmal ganz viele andere Sachen, die für dich und dein Schreiben, dein Content-Marketing wirklich gut sind. Die dich weiterbringen. Kannst du dir runterladen. Und dann bist du in meinem Newsletter. Den gibt es aktuell nur einmal die Woche. Ich habe ja meine Zeit lang jeden Tag geschrieben, das Ganze ausprobiert und gemerkt, ah, macht für mich gar keinen Unterschied. Und deswegen nur noch einmal die Woche. Und natürlich, weil ich mit meinem Reisen gerade so beschäftigt bin. Und trotzdem mein Schreiben und mein Blog und mein Newsletter finanzieren das Ganze. Ist doch cool, oder? So, jetzt habe ich aber genug gequatscht. Das war es von mir für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Content-Marketing-Podcast, den ich vielleicht wieder in Erfolgreichschreiben umbenennen sollte. Ich weiß es noch nicht. Schreib mir mal. Wie findest du das? Wieder Erfolgreichschreiben oder Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht? Ich bin raus für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.